Ich, äh, begrüße euch. Es ist mal wieder Zeit für... F***! Wir haben einen ziemlich geilen Samstag. Einfach mal f***en, f***en, f***en bis zum Ratschlag. Wann wird denn schon mal so entspannt? F***! Der beste Augenblick dafür ist jetzt! Ich würde Casey Neistat f***en. Was? Und ich dachte mir heute Morgen, ey, weißt du was? F*** einfach mal wieder. Wenn du es geschafft hast, mich zu f***en und dann ich wieder dich und du wieder mich... Ey, Tigger! Du gehst einfach in die Schule und dann sagen alle, oh, ist ein F***en und du nur, oh. Boah, F***e. Die Schaltkreise des Professors sind nicht ganz geschmiert, aber wenn du uns mit deinen Freunden hilfst, den Master zu f***en... Ja, dann kann ja auch keinen von euch mehr wegf***en, richtig? An alle Leute, die am f***en sind, macht euch keine Sorgen, Red ist auch am Start. Cool, dass ihr wieder da seid. Ah, okay, eigentlich nicht viele, vielleicht ein paar Leute, aber genau mit denen gehen wir heute f***en und nehmen euch da ein bisschen mit. Hier sind die Nominierten in der Kategorie P*** of the Year F***en. Das sieht so falsch aus, wenn du immer in diesen... Ich habe keine Hose an, deshalb ist es witzig. Ich liebe es zu p***en und es auch aufzunehmen und euch zu teilen. Ich habe dich angesehen und dachte mir, das ist alles, was ich haben will. Dann trifft man sich meistens mit den Freunden zum F***en. Ja, warum dieses F***en? Ich kann es euch sagen. Um das jetzt endlich mal so auszusprechen, wie es ist. N***, 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 N***. Wisst ihr, was ich richtig vermisst habe? Jetzt, wenn man hier so lang geht und der Wind richtig steht, riecht es voll nach F***en. Boah, Sp***e. Julian und Bianca, beide 23, werden gleich B***en. Nein, nein, Julian ist an dem... Ups. Jetzt habe ich ja auch noch so Glibberschleim an mir hängen. Ah, geil.